Jetzt bin ich hier nochmal in der großen Halle von KM1, von der Hausmesse. Und ich schaue mir jetzt hier nochmal die T9 an. Das ist jetzt eines der letzten Produktionsmuster, die jetzt im Januar ausgeliefert werden sollen. Und die wird jetzt auch, rauchen tut sie schon, jetzt mal richtig mit Geräusch eine kleine Runde drehen. Jetzt wird die Drehscheibe kurz in Betrieb genommen. Vorverfekt. Ja, wir haben jetzt gerade einen Stromausfall da. Jetzt ist die Verriegelung raus. Dann werden wir jetzt hier den husbandsen wie immer wieder vergangen sind. Wir fragen einmal, ob das Wasser dafür langue vom Hausmسمk夏 et seventy besten? Oder die Rechnung acá? Ja, wir brauchen das Wasser füramssel. Wir ziehen hier und da doch los zu dimensional artefü label. Da werden irgendwann ihr岂 und rausなる, ich shallson immer wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, das war es mit der T9, die als Serum-Modell demnächst dann in Auslieferung kommt. Und das war es mit meinen Berichten von der Spur 1 Hausmesse bei KM1 hier am 3. Dezember 2022 in Lauingen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen auf meinem YouTube-Kanal. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteller